Wie gut Mann im Anzug aussieht, das, meine Damen und Herren, können Sie heute an mir bewundern. Wie sexy Männer in Anzügen aussehen können, das werden uns jetzt ganz andere zeigen. Aus dem wunderschönen Eiterfeld, unser Männerballett Nummer 2 des heutigen Abends, Katastrophe! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.